Waffe ist geladen, das Schwert steht, auf die Klinge, fertig, los! Ah, gucken wir erstmal aufs Papier. Hier ist ein Loch und hier, doch da ist es auch durchgegangen. Kleines Stück nur, aber eindeutig, zwei Einschusslöcher. Somit steht fest, Sieger im Wettstreit der Kulturen ist das Schwert, meine Damen und Herren. Applaus für das Schwert. Applaus auch für Herrn Glühmann. Super Schuss. Schauen wir uns den Flug des Geschosses doch noch einmal in der wissenschaftlichen Zeitverzögerungsaufnahme an. Und hier sehen wir ganz deutlich, die Antworten A und C sind falsch. Der richtige ist Antwort B. Die Kugel wurde tatsächlich von der scharfen Schwert...